Russland lässt den ersten Corona-Impfstoff zu. Präsident Putin selbst hat das in Moskau verkündet. Die klinischen Tests waren in den letzten Tagen für abgeschlossen erklärt worden. Demnach will Russland bereits im Oktober mit Impfungen beginnen. Erst Ärzte und Lehrer und dann alle Russen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO aber ist skeptisch und fordert Russland auf, sich bei der Herstellung eines Corona-Impfstoffes an die festgelegten Richtlinien sicherer und wirksamer Medikamente zu halten. Das Mittel, das den Russen indiziert werden soll, ist nach allgemeinen wissenschaftlichen Standards bislang noch nicht ausreichend getestet worden. Sprechen wir darüber. Christoph Wanner aus Moskau zugeschaltet. Christoph, das ging jetzt wirklich schnell. Die Meldung schon eine Überraschung. Wie wichtig ist es für Moskau, bei der Impfstoffentwicklung erster zu sein? Enorm wichtig. Ansonsten wäre Putin nicht so stark aufs Gas getreten. Das ist ein prestigeträchtiger Moment. Und das ist es, was der russische Präsident liebt. Das ist es, wo er sein Land sehen will. Nicht nur als militärische Großmacht, die interveniert im Nahen Osten, in der Nachbarschaft, in der Ukraine, sondern auch als ein Land, in dem die Wissenschaft großgeschrieben wird, sozusagen in den Fußstapfen der Sowjetunion zu ihren wissenschaftlich großen Zeiten. Wie 1957 mit dem ersten Satelliten im All oder 1961 Juri Gagarin, der erste Mensch im All und jetzt eben hier Putins Leute mit dem ersten Impfstoff. Aber das Ganze hier, dieser Erfolg ist mit Vorsicht, möchte ich das formulieren, zu genießen. Denn es wurden wohl wichtige Momente im Haruk-Verfahren durchgezogen, wie zum Beispiel diese Phase 3, in der Probanden, tausende Probanden getestet werden müssen, um Nebenwirkungen festzustellen, die durch dieses Präparat hervorgerufen werden können. Da scheint man doch sehr, sehr schnell gearbeitet zu haben. Und das stößt eben international auf scharfe Kritik, dass Putin hier diesen Prestige-Erfolg wollte und letzten Endes eben nicht bis zum Ende durchgeforscht hat, nur um der schnellste, beste, größte zu sein. Christoph, gesetzt den Fall, da geht jetzt was schief bei diesen Impfungen, ebenso wie du es gerade gesagt hast, weil noch nicht ausreichend geforscht und getestet worden ist. Wird die Welt dann davon erfahren? Werden die Russinnen und Russen es erfahren? Na ja, das wird sich nicht vermeiden lassen, aber sicherlich nicht in der Geschwindigkeit, wie Erfolgsmeldungen verbreitet werden oder vermeintliche Erfolgsmeldungen. Da muss man ja sehr vorsichtig sein. Ich denke, wir werden das dann von anderer Seite viel schneller erfahren, falls dieser Impfstoff nichts taugen sollte, weil es besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass dieser Impfstoff auch an Indien und Brasilien verkauft wird. Die Länder haben schon Interesse angemeldet und wenn dann da irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte, werden diese Kunden oder möchte ich es nennen, sicherlich nicht hinterm Berg halten mit Informationen. Aber aus Russland ist das sicherlich dann nicht so schnell zu erwarten. Christoph, besten Dank für diese ersten aktuellen Einschätzungen zu der Meldung, dass Russland einen Impfstoff gegen Corona gefunden hat und die noch anwenden wird. Danke.